Hallo, du möchtest auch mal so eine große bunte Maus haben wie ich hier? Dann zeige ich dir jetzt, wie das geht. Also passt gut auf und schaut zu. Zunächst einmal müsst ihr hier unten links auf das Windows-Symbol gehen. Dann auf dieses Rädchen, das sind nämlich die Einstellungen. Hier seht ihr es nochmal genauer und größer. Dann auf Geräte klicken, auf Maus und hier rechts steht dann Maus on Cursor. Hier sieht man das nochmal besser. Und dann kann man einfach die Größe anpassen. Entweder größer und hier rechts ist dieses Symbol für bunt. Dann könnt ihr die Maus auch schwarz machen. Und das war es auch schon. Und wenn ihr das gemacht habt, dann, wenn die Maus größer ist, seht ihr hier einmal genauer, dann könnt ihr hier gerne auf Liken klicken. Bei all meinen Videos, auch bei denen hier gerne. Gebt mir auch gerne einen Kommentar ab. Abonniert mich doch, wenn ihr mögt. Probiert das mal aus und schreibt mir doch mal in die Kommentare, welche Mausgröße eurer Favorit ist und welche Farbe. Ich habe hier so die 5 bis 6 gewählt. Und wenn ihr eine andere Größe habt und ihr das noch nicht wusstet, dann sagt es mir gerne mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffentlich hat euch das Video was gebracht. Ich sage Tschüss, bis bald und schaut auch gerne mal meine anderen Videos an. Vielen Dank. Vielen Dank.